Heute ist das nächste Land für unsere Weltkarte dran. Ich bin gespannt, wie viele von euch dieses Land hier erkennen. Außerdem, welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir die Farben dieses Landes mischen? Wie in jedem anderen Mischvideo geben wir euch Tipps zu der entstandenen Farbe. Es ist ein pastellartiges Himmelblau entstanden und der Name des entstandenen Farbtones heißt genauso wie der zweitlängste Fluss Europas. Ich bin gespannt, wie viele von euch auf diesen Namen kommen werden. Die entstandene Farbe heißt Donau 13. Nun malen wir das passende Land mit dem entstandenen Farbton aus. Ihr könnt in den Kommentaren entscheiden, welches Land als nächstes drankommen soll. Dafür müsst ihr nur einfach das Land kommentieren. Außerdem ist das Projekt noch recht neu. Es wäre für dich viel zu schade, den weiteren Verlauf zu verpassen. Deswegen abonniere diesen Kanal. Was sollen wir als nächstes mischen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.